Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute was ganz Spezielles zeigen. So, ihr habt es schon in den mehrfachen Videos gesehen, die werde ich mal dort unten hineinfügen. Hier haben wir also ein Wuhan-China, das auf einem sehr speziellen Crashbecken liegt, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar haben wir hier das Saluda Mystics Metal Crash, was 1,3 Kilogramm wiegt und somit zu den schwersten Crashes gehört, die man so auf dem Markt findet. Und das in Kombination mit diesem Wuhan-China hier, erzeugt eine sehr spezielle, trashige Stackkombination, die ich euch jetzt gerne zeigen möchte. Und zwar zuallererst als Einzelklänge und dann in Kombination mit dem Schlagzeug. Und zwar zuallererst als Einzelklänge und dann in Kombination mit dem Schlagzeug. Wählererst als ein Ei pouquinho aulaher, wenn sie immer noch Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.